Ich glaube, ich bin aber weg von hier. Jo, da sind wir wieder. Zurück im Adventure. Der Apollo Crafter ist hier in diesem Tunnel entlang gelascht und ich hier... Oh! Das sieht ja mal geil aus mit diesem Treffen hier. Na, was tun wir denn? Was hat der Herr denn gefunden? Tja, da unten ist nichts. Da bist du im Fehler. Ja. Jo, in der Höhle wirst du nicht unbedingt was finden. Die gehört eigentlich gar nicht dazu. Ohne Unterstützung würde man sich hier bestimmt verlaufen. Die ganze Tue und so. Haja. Oh, ich bin hier, findest du was. Ich würde ja gerne eine Teleportierung filmen, das sich auf irgendeine Weise vielleicht vor mir einfach fällt. Level 5. Die Schlucht. Oh je. Das hört mich nicht gut aus. Stolz? Oder... ja. Haha. In ner Schlucht ist er gelandet. Ja. Ob er das nicht überlebt ist auch wieder so ne Frage. Alter. Wobei die ja nicht schwierig ist. Der Schnüppel fasziniert mich. Der Schnüppel fasziniert mich. Und dann Lollig und Gaili aus. Lollig und Gaili. Okay. Na, du Spanner du. Du kannst mal Mühl haben. Alter. Ah, danke für die leere Flasche. Oh Gott. Ich wundere mich erst so. Oh, danke. Danke, danke. Und dann... Der. Ich bin so happy. Nooo. Hä? Gott. Was macht der? Ist der das hier nicht? Ah. Hier ist ne Truhe. Ich lebe vor ne Truhe. Man will's einfach nicht. Hab Schnee gefunden. Ui. Ah ne. Wat macht der Herr hier? Hab ich die geöffnet? Siehst du das schon oder lebst du in mir noch? Hä? Weil ich wollte jetzt eine schöne Ansage machen. Was ist denn so toll da eine Truhe zu öffnen? Ohi. Zwei. Oh, wie klein. Ah. Er guckt nur... ...und tut nix. Schauen wir beim Oms da rein. Wo treibt sich denn eigentlich? Also... Ja, Lino ist immer noch in der Overworld beschäftigt. Versucht wahrscheinlich den super Turm da zu finden. Kann man sich da oben abbauen? Nee. Nix. Nix. Boah, Alter. Ich fehl irgendwie jetzt gerade die ähm... ...Dingsbombsanfänge von den Aufnahmen. Nochmal. Gleich. Er krüppelt sich hier durch die Gegend. Ich weiß nicht, was Apollo da feiert, aber naja. Omsa kämpft sich durch die Festung. Oh, jetzt ist er hier unten. Gefährlich. Vorsicht, Zombie. Huch. Ihh. Pfui. Huch. In der Dunkelheit. Ich setz natürlich ein bisschen... Krass. Leute. Ich hab sechs in den Augen jetzt schon. Bei mir läuft. Hier ist noch diese leere Flasche. Oh. Ganz schön. Wow. Das war mal knapp. Hä? Hä? Na? Das war nicht wirklich so eine Herausforderung, wenn es in die Reihen geht. Ja, wie es drauf geht. Hä? Wie gesagt, der Eingang ist meistens auch der Ausgang. Eigentlich immer. Weil ihr immer in die Tunnel zurück müsst. Jaaaa. Ich muss irgendwie auf diese Ebene kommen. Hehehe. Ach, ich bin auf dieser Ebene. Nee, halt nicht. Hehehe. Ja, mit den Türen helfe ich ja gerne. Ne, die sind manchmal echt schlimm. Boah. Du wirst wie es gehen würde, aber es gibt keinen Weg dahin. Hier ist es echt mies dunkel. Das geht nicht durch. Ah. Ich weiß wie es geht. Oh, normal. Ich hab voll den Durchblick hier. Es ist kein Wunder, wofür die in der Augen gut sind. Was denn? Dann hast du ihn teleportierend. Hahaha. Nein, ich hab grad hier so den Weg, wo du gesagt hast, die meisten Eingänge sind auf die Ausgänge und da hab ich einfach eine Ender-Perle gegeben. Was denn die andere, die jetzt nicht mitmachen von wegen ihren... Hä? Mit den anderen, wegen den Störungen saufen. Was jetzt mit denen ist, die jetzt machen dann? Ach, dann überleg ich mir noch. Vielleicht schlachte ich die bei... ...GTA ab. Dann ist er wieder vollkommen mit Energie aufgefüllt. Oh je, da liegt ein... ...da liegen sogar zwei. Änder-Augen einfachs Dorf rum. Warum? Fragst du bei wem? Hat die jemand weggeschmissen? Omsa. Ich weiß schon, dass ihr die dringend braucht, ne? Was mach ich eigentlich mit den Schleifeln? Weiß der geil. Mann, ich hab doch noch nie so'n Scheld. Ich will auch so'n Scheld haben. Kannst du auch verticken. Was denn jetzt muss ich da hinten hinschwimmen? Linol. Haha, der sucht sich da einen heißen. Ja. Dann bin ich wieder am Anfang. Oh Gott. Dann guckst du wieder in die Kiste rein, in der Hoffnung, dass da was drin ist. Oh je, oh je. Du konntest mich fragen, wo, ähm, wo ich sonst überall war. Ich hab das ja ungefähr gesehen, immer. Ah. Ich bin jetzt mal so nett und bring dich mal in die Nähe davon. Sonst suchst du ja immer noch 100 Jahre. Wah. Das ist geil, diese Map. Das ist einfach geil. Die fehlen schon, die Gür. Ähm. Hier ist ein Gefangener noch. Ne? So, jetzt hab ich dich mal so ungefähr in die Nähe gebracht von diesem speziellen Turm. Wie heißt dieser Gefangener? Ach, da ist der, die liebe Gronkh. Die liebe Gronkh. Oh, wie der jüngst. Da du. Gronkhzara oder so heißt das Vieh. Aaaaaaaaaaah. Oh Gott. Ob es dir wohl noch was gibt? Oh ja. Das war wieder nicht so toll. Nein, Spaß. Lässt du eigentlich die Aufnahme, also jetzt an Onkel, lässt du die Aufnahme durchlaufen? Und kattest du dann noch? Ich kattest zwischendurch. Also, Schluss. Aber so. Oh ja. Da ist nix, da ist Wasser. Nein! Oi, da hast du dir jetzt aber versaut. Du musst echt irgendwie richtig am Arsch, oder? Ja, bin ich auch. Ich hab gar nichts. Äh, Map. Arsch auch nicht. Wenn du den Itemshop findest, dann kannst du von mir aus ne Karte umsonst zahlen. Da musst du aber erst mal zur Wüste kommen, wa? Ja, genau. Das ist das Problem. Wenn du spawnst, musst du ein bisschen mehr nach, ähm... Im Moment läufst du Richtung Tempel, also Fallschirm. Ja, das ist nicht passiert. Einemal teleportieren ich nicht, aber ey, das ist der ultimative Bus, weil du schon die ganze Zeit am Abkratzen bist. Äh.. Wo ist denn das Scheiß, da. Das musst du aber echt alleine schaffen dann da. Hier kann man ganz schön beobachten, wo man schon überall war. Hier bei dem Chunk. Och, Mann. Boah! Scheiße! Hä? Alter, was ein Mist. Nein! Ich war hier gerade in so einem Bug. Also wenn man in die Chunk nicht laden, kann man überall drüber schweben. Bin ich bis hierhin gelaufen. Wenn ich weiter gelaufen wäre, wäre ich voll in die Lava gelaufen. Huh, die Lava-Höhle. Fuck! Die Lava-Höhle, eine der gestörtesten Level. Und ziemlich schwierig, die Kiste hier zu finden. Ich hätte dies irgendwie in Lava. Nein, aber eigentlich einfach, aber dafür brauchst du Brain. Und ich glaube nicht, dass du Brain hast. Ich überlege mal. Kann ein bisschen dauern. Jetzt kommt so der ruhige Pfeil. Ja, schwierig ist es auf jeden Fall. Ich kann keine Ender-Augen mehr. Ender-Pair. War das du? Hm? Hast du deine Ender-Augen verbraucht? Ja. Das war... Also ender-Pair. Also, wollte schon sagen, das wäre fehl. Du hast die meisten Ender-Augen. Du musst ganz schön vorsichtig sein, ne? Wenn die flöten gehen, hast du ein Problem. Wenn ich nicht so unter Druck, hör auf damit. Du trägst gerade Verantwortung. Sei froh, dass hier wenig Monster-Spawn. Hm, wo soll ich hin? Die würden dich direkt in die Lava kicken. Aber wie wär's mal mit 20 Spinnen, warte? Nein. Nein, auf. Boah, jetzt lass mich mal überlegen gerade. Ich guck grad selber doof hier. Ah, ne, hier. Also hier muss ich auf jeden Fall immer nicht. Das weiß ich auch. Ja, ich seh ein paar Konstruktionsfehler sind noch drin, aber hab ich mal in Beru. What the... Meine Chance hat mich geladen, ich bin gestorben. Du bist ein echt bemitleidenswertes Menschen. Ja. Du bist genauso schlau, Apollo, also echt. So ein kleiner... Pupsteig. Und der fällt da rein. Oh Mann. Hä? Alter, was war's mal kurz? Ich bin voll unter... Alter. Was mach ich? Alter. Weiß ich noch nicht. Einher. Nächste Woche wahrscheinlich. Ein verdammtes Herd. Wir sind ja noch froh, er bearbeitet ist ja nicht. Ich werde da jetzt irgendwann. Ja, bearbeiten wird's schwer. Nee, da kann gar nicht. Oh naja. Mit so viel... Nee, da ist nicht. Schlauheit hier. Was machst du da? In der Lava ist nichts versteckt. Ich will nur sicher gehen. Oh mein Eisenspäck. Oh! Das ist einfacher als du denkst. Wenn du mal genau hinguckst. Ja, nicht für mich. Komm mir das Ziel dann gut? Überall. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich langgehe. Tja. Nee, ich auch nicht. Also hier glaub ich schon mal auf jeden Fall nicht. Also ich mach hier mehr. Ich hab keine Fakka, aber... Nicht da lang. Ich hab dann hier. Hier drin. Ich dachte, die kommt dann immer raus. Wie so ne Falle. Also das ist wirklich Abenteuer. Ah, Wasser. Ich hab dich lieb. Ah. Ah. Ja. Okay, wir gehen einfach weiter. Hm. Schreppen. Gut gebaut. Schlecht gemacht. Oh Scheiße. Nein, schlecht gemacht. Auf keinen Fall. Man könnte sagen, die Truhe ist direkt über dir. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen, ne? Alter, willst du mich verarschen? Nein. Nein. Das ist eigentlich... Ich guck grad mal. Ja, doch. Kommt man hin. Ist zwar schwierig, aber... Nee, eigentlich ist das easy peasy hier für Bibi. Ich muss nur den richtigen Weg finden. Ich muss nur den richtigen Weg finden. Ah. Ich liebe meine Focke. Der Supasheeter. Ja. Daran hängt ich jedem... Jedes Mal, wenn ich... Wow! Kann ich keine Facken setzen müssen. Oh oh, ein Creeper. Guckst du nicht so doof da? Ein Creeper. Das Wasser sollte ich lieber nicht wegmachen, wenn ich irgendwo umfahre. Was kann ich hier machen? Wie gibt's denn hier, du? Ach hier? Ja, das habe ich schon gesehen hier, du. Ich guck grad selber, ey. Oh ja, hier geht's. Oh ja, ja. Oh. Nö, nö, nö. Es gibt einen direkten Weg da lang, aber du, du, du... Ey, du machst das aber auch kompliziert, also du guckst gar nicht richtig, ne? Guck mal, wird der da schon wieder für Risiko eingehen? Haha, voller Verrückte. No, where's no fun? Hier ist die Ruhr. Ja! Oh je, oh je. Wer ist super YouTuber? Hm, wo ist die Ruhr? Hm. Hm. Ich weiß nicht. Oh, das hast du aber schön gemacht. Die Blumen sind ja wunderschön. Ey. Wollte ich nicht haben. Die Blumen sind mir am wertvollsten von allem. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch nicht. Sieben in der Augen. Wie viele habt ihr? Null. Hattest du eine? Nein. Ich hab schon. Ich über meine Skills würde ich überhaupt niemals eine finden. Oh! Tja, jetzt musst du nur noch rausfinden, ne? Ach, jetzt? Oh, ich bin so behindert, ne? Deswegen hast du's gesagt. Ich hätte auch einfach hier lassen. Ja, dann wärst du aber gestorben, wenn ich mich angefallen wäre. Hier, ne? Ein bisschen überlegen. Ja, in der Lava wärst du auch abgequatscht, ey. Ich hab übrigens eine sehr, sehr freundliche Nachricht von einem Typen gestern bekommen. Der meinte, dass alle aus der LPO Army Crew Spacken sind und dass er unbedingt ein Crew gegen Crew Battle haben möchte. Naja. So ein Böder. 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 Wertlos. Nein! Ah, findet du denn der Ausgang... Ich glaub' Es gibt ja LPO Army und LPO Elite. Hey, Elite ist ... Ich glaub', nur let's play Onkel Katakado und welk' jemanden ist. Hm ... Hä? Wie komm' ich ... Nein, ich ... ... Mann, du bist voll die Gloverinne. Gloverinne dich. Sag ich wie lang. Boah, wie im Enderpeeren. Äh, Ende Augen. So, wenn ich damit sterben würde. Naja, da weiß einer nicht, wo er hin soll. Ichs krank. Wenn ich das Wasser sehe, dann weiß ich auch wo ich bin. Naja, wir gehen mal zum Omser. Wo bist du denn? Der sich immer noch in der Festung rumprügelt. Ey, ich bin jetzt wieder da, wo ich vorher war. Nein. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ja, Sackgasse gibt's auch. Oh, oh, ne, da geh ich nicht lang. Da muss ich lang. Nein, oh, ne. Oh. Oh. Also eine Lava hier ist ganz schön spannend, muss ich sagen. Der fällt immer echt in die blödesten Situationen. Oh. Oh, ich hab jetzt alle in der Augen. Wow. Das ist super drauf. Super. Super. So. Oh, das war hier. Der auch da. Der nächste Mensch war schon am Arsch. Hä? Den warst du vorhin schon. Läufst du im Kreis. Da hab ich mir Fackeln. Ah, ja. Hä? Ich hecke's nicht. Ich blick hier nicht durch. Da kam ich. Okay. Ich seh den Ausgang. Hm. Ja, ist schon richtig die Richtung. Ich find den Ausgang nicht. Und schon ist er wieder dran vorbei. Aha. Der Metzger bietet einem seinen Grat an. Ich hab dir grad den Arsch gerettet. Oh, wie freundlich ich bin. Hä? Wie mädig ist es, Alter. Du bist... Der Ausgang ist direkt vor dir. Direkt vor dir. Ah, Gott. Ah, statt der hier hoch geht der Mensch. Ich bin ganz sicher. Du läufst schon wieder voll falsch. Doch. Aber da kann es nicht sein. Und da auch nicht. Du rennst falsch. Du warst grad direkt. Du warst grad direkt neben dem Ausgang. Hier sein. Ach, der hört mich ja gar nicht. Stimmt. Aber hier war... Hä? Ich glaub, wir mal im Kreis. Du warst grad direkt am Ausgang. Du bist voll dran vorbei gerannt. Ja. Hier doch nicht. Denn du rennst schon wieder in die falsche Richtung. Du bist da grad voll dran vorbei. Und wieder rennt da falsch. Du warst da gerade. Ah. Wie die Bretten irgendwie. Auch nicht. Ah, nein. Ich weiß, wo ich runter... Ich bin irgendwo runtergespr... Warte. Ich weiß... Jetzt weiß ich so. So rennst du mir nicht. Du brennst im Wasser. Man sieht dich. Hallo. Du brennst im... Das muss ich mir auch merken. Schon wieder falsch. Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Falsch. 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 Hier. Jetzt habe ich schon einen Pflastersteinblock gesetzt. Einfach mal. Und der Kerl kommt hier nie raus. Ich töte den gleich. Pass auf. Gleich setze ich mal ein paar Skelette hier. Wie sieht es dann aus? Monster tauchen irgendwie ziemlich wenig auf der Welt auf. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich prügel die alle die ganze Zeit auf Lino und Loritz ein. Guck mal jetzt. Ist er fast richtig. Jetzt rennt er wieder zurück. Falsche Richtung. Oder Apollo Crafter stellt sich gerade an wie so eine Frau. Falsch gegangen. So. Wenn ich da da gehe. Oh ja. Jetzt bist du mit. Endlich. Ich hab's gefunden. Ein Wunder ist geschehen. In den letzten paar saßen sie bis 5 Minuten dran. Unglaublich. Aha. Ich hab jetzt wieder neu gestochen. Ich glaub jetzt bin ich hier ganz schön am Arsch schon oder? Ich glaub schon. Oh Gott. Schock. Menschenskinder. Ja weg so. Oh Mann. Deswegen ist das wieder zugemacht. anders komme ich nicht hier weg oder ja schon aber jetzt ist er wieder im tunnel jetzt habe ich alle ändert auch oder es gibt noch einen riesigen wald wo warst du in der eishöhle warst du in der wasserfallhöhle warst du in der fessung war Omsa bis jetzt oder ich glaube immer noch schilder Omsa da rum lavahöhle warst du eishöhle warst du ja der wald fehlt noch mann ich könnte diese scheibe schild gebrauchen ein einziges mal ich helfe mir doch du blödes schild im eisen und itemladen kriegst du sachen auch für schleim oder hinten war ich noch nicht ich habe sowieso eine freie schleimwelle drei holen warst du schlingel du ne 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 war es hier schon rinnt mal kurz durch ich glaube schon ich guck mal ich weiß selber gar nicht wo das hier hingeht ah doch ich schon da war es ja noch nicht das ist doch wohl der hat das hast du gesehen gerade jetzt mache ich mir auch wieder nachtverschulden hallo oh Gott eh wirklich schuldig der jump lehne nicht da hinten ist diese schluchst ich habe es gerade gesehen über mir es wird ha explodiert bald und es war bei mir nur die enderpellen aufbewahrten er das füllt in der nächsten trempeln er ist so du bist voll schlimm und voll troll schie unglaublich aber war Ja, ich bin so inkompetent, ich bin einfach so inkompetent.